Heute im Geheimarchiv... Rita Ratte! Die kleine Schwester von Rudi Ratte. Zuletzt wurde sie von uns in der Gaunerschule gesichtet. Rita Ratte bastelt mit Vorliebe gefährliche Geräte. Den schwarzen Schalter überlasse ich dir. Ratte! Kein Problem. Freddy, du hilfst mir. Cool, Baby! Die Lieblingsspeise von Rita Ratte sind übrigens schwarze Spaghetti. Rita Ratte ist genauso erfinderisch wie ihr großer Bruder. Raus da, Tobias! Hey, du Drahtesel! Soll ich dir das Blech verbiegen? Doch zum Glück gehen auch ihre Pläne in Rauch auf. Gefährlichkeitsstufe recht hoch. Rita Ratte, wir sind dir auf der Spur.